Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review der zweiten Folge von Attack on Titan Staffel 4 beziehungsweise der Review von Folge 61 von Attack on Titan als Ganzes gesehen. Ja Leute, die heutige Folge war im Gegenteil zu der ersten Folge, die wir in dieser Staffel hatten, etwas ruhiger. Nein, eigentlich soll ich sogar sagen, sie war deutlich ruhiger, hat dennoch sehr, sehr viele Punkte geliefert, die äußerst interessant sind und die man erstmal so richtig verstehen und sacken lassen muss, um hier das weitere Geschehen in Attack on Titan zu verfolgen. Ich persönlich fand die Folge sehr nice, wir werden hier über die verschiedenen Punkte reden und werden auch noch über die eine oder andere Szene genauer im Detail reden. Bevor das Video losgeht, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal hier abonnieren würdet, damit ihr nichts mehr zu Attack on Titan verpasst und auch gerne ein Däumchen nach oben da lasst, denn das ist kostenlos für euch und supportet mich absolut. In diesem Sinne Leute, starten wir jetzt mit dieser Review. Beginnen tun wir aber natürlich erstmal mit dem Beginn dieser Folge, wer hätte es gedacht. Die Schlacht ist gewonnen, wie wir in der letzten Folge schon gesehen haben und die Mali-Offiziere reden hier über die Zukunft der Kriegsführung und auch über die Titan. Ganz interessant ist hierbei übrigens, dass Siegjäger mit dabei sein darf, am Tisch wohlgemerkt und das, obwohl er ja ein Eldia ist und die Eldia sind ja eigentlich Untermenschen in den Augen der Mali, umso beachtlicher das Sieg hier mit am Tisch sitzen darf auch sein. Nachfolger Colt ist mit am Start, das erfahren wir nämlich auch in dieser Folge hier. In dieser Folge wird sehr viel über die Nachfolger der Titanenwandler der Mali-Nationen geredet. So kriegen wir hier zum Beispiel auch nochmal bestätigt, dass hier Colt den Biest-Titan von Sieg erben soll, denn Sieg hat nur noch ein Jahr zu leben. Um euch das auch nochmal zu erklären, es gibt ja den sogenannten Fluch von Ymir. Dieser Fluch sorgt dafür, dass Titanenwandler 13 Jahre nach dem Erhalt ihrer Titanenkraft sterben. Und bei Sieg ist es jetzt schon zwölf Jahre her, dass er seine Titanenkraft bekommen hat. Dementsprechend hat er nur noch ein Jahr hier zu leben und deshalb steht sein Nachfolger mit Colt Grice auch schon fest. Der soll ihn hier beerben. Wie gesagt, reden die Mali-Offiziere über die Zukunft der Titanen, reden sogar auch über einen fliegenden Titanen. Ihnen ist aber sehr, sehr gut bewusst geworden, dass die Titanen nicht mehr die Zukunft sind. Das auf jeden Fall in Zukunft auf Maschinen, auf Gewehre, auf Kanonen die Zukunft liegt und vor allem auch auf Luftschiffe und Flugzeuge und dergleichen. Und so kann man das Ganze zumindestens hier mit rausnehmen. Die Titanen haben über die Erde geherrscht, aber über den Himmel, da herrschen Titanen eben nicht. Deswegen philosophieren sie hier auch über einen fliegenden Titanen. Sieg bringt hier aber seinen Plan an, um hier den Mali so ein bisschen Zeit zu verschaffen. Denn die Zeit drängt. Sie haben nicht genug Mittel, um sehr schnell ihre Hauptstellung, ihre Vormachtstellung im Krieg als Militärmacht hier zu behalten. Deswegen sagt Sieg, ganz ehrlich, wir müssen wieder auf die Paradiesinsel innerhalb der Mauern gehen. Denn da gibt es ja den Ur-Titan und wir alle wissen, Eren hat den Ur-Titan, die Koordinate, und den will Sieg holen. Das ist der Plan, denn damit kann er die Welt zum einen, ja, so ein bisschen in Schach halten. Denn der Ur-Titan ist ja in der Lage, alle Titanen zu kontrollieren. Und das wäre eine übermenschliche Macht, die hier die Mali-Nation dann in ihren Händen halten könnte. Na ja, als das Gespräch dann vorbei ist, sehen wir dann noch, dass Colt und Sieg so ein bisschen reden. Sieg zündet sich wie ein babberne Kippe an, raucht hier. Aber ja, Leute, rauchen ist ungesund, tut es auf jeden Fall nicht. Im Manga kann ich auch schon mal sagen, Leute, war die Szene hier ein bisschen ausführlicher. Aber auch nur ein bisschen ausführlicher. Wir haben ein bisschen mehr über die Fähigkeiten von Sieg gehört. Das hättet ihr hier eigentlich auch hören müssen. Ich habe es aber in der letzten Review eigentlich sogar schon erklärt. Da haben sich ja einige beschwert, dass ich in der letzten Folge das schon erklärt habe. Obwohl das in dieser Folge hätte erklärt werden können. Naja, Leute, ihr seht es. Sie haben es einfach ausgelassen. Finde ich ein bisschen komisch, aber vielleicht kriegen wir das später noch genauer erklärt. Auch wurden in dieser Szene hier zwei Bilder ausgelassen. Zum einen ein Bild von Mikasa und Levi, wo Sieg über die beiden Ackermanns redet. Und zum anderen wurde hier auch noch ein Shot ausgelassen von Armin als kolossalen Titan und Eren in seiner Titanform. Armin's Titan hätte man hier aber nur so schemenhaft gesehen. Das haben sie hier komplett ausgelassen. Finde ich nicht schön. Ihr Anime-Union-Zuschauer könnt euch dementsprechend auf Armin's ersten Auftritt als Titan viel mehr freuen. Da hätte euch dieses Bild doch eigentlich nur auf eine Art falsche Fährte gelockt. Wie gesagt, ist nur eine kleine Szene, wo Magath hier noch dazugekommen ist und dann hier noch ein bisschen erzählt. Ihr Eldia braucht ja keine Privatsphäre. Dies, das ist also gar nicht mehr so weit hergeholt gewesen. Aber viel wichtiger ist es dann später, als Rainer dann hier wach wird bei Porco und dann später auch Pieck, die in den Raum kommt. Und das, Leute, sind unsere neuen Titanenwandler, die ihr so noch nicht kennen dürftet. Zumindest in ihrer menschlichen Gestalt habt ihr beide noch nicht gesehen. Porco vielleicht einmal in Staffel 3 von hinten. Ja, Leute, ich erkläre es euch auch einmal. Porco ist der Dude hier und der hat, wie wir in dieser Folge auch glasklar erfahren haben, auch wenn wir das eigentlich schon in Staffel 3 wussten. Da wurde uns das damals auch schon bei dem Brief von Historia gezeigt. Da wurden nämlich Szenen aus Staffel 4 vorweggenommen. Porco hat den Kiefertitern von Ymir geerbt. Ymir, ihr erinnert euch, ihr seht auch jetzt hier ein Bild von ihr. Dies Tod, 100% confirmed und Porco hat ihre Erinnerungen geerbt. Und ja, dementsprechend konnte Porco auch sehen, was Rainer so alles innerhalb der Mauern gemacht hat. Und dass er ein großes Vorbild gewesen ist, dass er so ein Vorbild gewesen ist, wie es eigentlich Porcos Bruder gewesen ist. Porcos Bruder werdet ihr aber in der nächsten Folge noch genauer kennenlernen. Ja, auch Peek sehen wir dann hier. Peek ist eine Waifu in Attack on Titan, ist wirklich eines der Best Girls in Attack on Titan. Sie ist die Titanenwandlerin des Karrentitans und ja, sie hat Probleme zu laufen, wenn sie aus ihrer Titanengestalt rauskommt. Das hat den Ursprung, dass sie immer sehr lange in ihrer Titanengestalt ist. Sie kann nämlich mehrere Monate in ihrer Titanenform bleiben. Falls du dich interessierst für die Titanen, über die ich jetzt hier auch gerade rede, klick mal oben rechts auf die Infokarte. Ich habe schon alle Titanenwandler-Kräfte erklärt. So auch die Titanenkräfte von den beiden sind spoilerfrei eigentlich. Wenn du hier auf Anime-Stand bist, dann sollte dich spätestens jetzt nichts mehr spoilern, weil du hier die Titanenwandler-Kräfte gezeigt bekommen hast, beziehungsweise gesagt bekommen hast, wer die Titanenwandler hier sind. Schau da gerne mal rein. Wie gesagt, unsere neuen Titanenwanderer haben hier dann ihren ersten Auftritt. Ist auch ganz interessant, das nochmal zu sehen, dass Porco eine Abneigung gegen Rainer hat. Das hätte man so ja auch nicht sehen können. Liegt aber daran, weil Porco offensichtlich in der Vergangenheit schon etwas mit Rainer erlebt hat, was ihm so nicht gefallen hat. Denn Porco sagt hier einen Satz, in dem er sagt, Jo, Rainer, wärst du damals nicht gewählt worden für den gepanzerten Titanen, sondern ich, dann hätte alles anders enden können. Das werdet ihr aber auch in der nächsten Folge wahrscheinlich ausführlicher noch gezeigt bekommen. Sehr schön, die ganzen hier mal animiert zu sehen, mit Stimmen zu sehen und das wird ja auch noch mehr in der Zukunft. Am Hafen hier immer noch, übrigens, wir befinden uns vom Setting her immer noch hier an dem Hafen, wo die ganzen Schiffe versenkt wurden in der ersten Folge. Hier sehen wir dann die Szene mit Udo, Leute. Ja, und diese Szene wird bei vielen von euch natürlich für Redebedarf gesorgt haben. Viele von euch wollen hier natürlich, dass ich darüber rede und viele haben sich auch schon beschwert darüber. Ja, die Szene hier mit Udo, ich zeige sie euch mal, die ist entstanden mit einer besonderen Machweise, sage ich jetzt mal. Von einem Hybrid aus 2D-Zeichnungen und CGI-Animationen, ja vielleicht sogar Motion-Capture-Szenen, denn hier wurde einfach Bild für Bild gezeichnet, wie die Bewegungen von einem echten Modell gemacht wurden. Das Ganze nennt sich Rotoscoping und ja, schaut das Ganze einfach mal nach. Ihr könnt das Ganze googeln, dann seht ihr, was das heißt. Aber die Kurzfassung und einfache Fassung, ein Gemisch aus 2D-Animationen und aus CGI-Animationen, das hat vielen nicht gefallen. Interessanterweise sind das hier aufwendigere Animationen, als sie es normalerweise sind. Aber ich glaube, selbst wenn hier die Szene normal gemacht worden wäre, heißt, wenn Udo hier einfach nur gestanden hätte und sich nur seinen Mund bewegt hätte, dann hätten Leute sich auch beschwert. Also egal, wie Mappa es hier gemacht hätte. Keine Ahnung, irgendwas haben Leute immer zu bemängeln. Ich sehe das aber auf jeden Fall, Leute, dass euch das gestört hat. Deswegen erwähne ich das hier in diesem Video. Und ich sage auch, ja, ganz super sah es nicht aus. Es sah natürlich nicht purflüssig aus, aber animationstechnisch war es eigentlich aufwendiger als das, was man normalerweise kriegt. Das will ich euch auch nochmal so gesagt haben. Denn wenn mir jetzt einer in die Kommentare schreibt, das war schlecht animiert, muss ich sagen, nein, es ist genau das Gegenteil. Es war aufwendiger animiert. Und das muss man hier auf jeden Fall sagen. Da muss man seine Wortwahl so ein bisschen genauer einschränken. Aber hauptsächlich geht es ja hier auch nicht um die Scheiß-Szene mit Udo oder diesen anderen Szenen, die mit dieser Art und Weise gemacht wurden. Sondern es geht um, was passiert hier mit den Kids und was passiert mit Rainer. Und was sieht Rainer vor allem auch in diesen Kindern. Denn Rainer erkennt in den Kids seine Freunde aus der Vergangenheit. Ja, da wird, wie gesagt, in der nächsten Folge vieles mehr beleuchtet werden. Aber man sieht, dass das Ganze Rainer nicht loslässt. Rainer ist ein Charakter, der sehr darunter leidet, was in der Vergangenheit passiert. Und eine ganz interessante Szene, wo viele von euch Fragen haben werden. Dann, ja, wer ist der Dude, der Rainer und die anderen hier beobachtet hat in dieser Folge? Wer ist der Dude? Gute Frage, Leute. Manga-Leser wissen es natürlich schon. Anime-Unis nicht. Und das soll auch so bleiben. Deswegen, Spoiler nicht in den Kommentaren. Aber den Dude hier, der hier beobachtet, den könnt ihr wahrscheinlich noch in Zukunft ein paar Mal mehr sehen im Verlauf der nächsten Folgen. Die nächste Szenerie, die wir haben, ist dann im Zug. Und da sehen wir, dass sich Colt mega besoffen hat und Gabi einfach auf Übelste feiert. Denn Gabi ist ja die Heldin. Sie hat dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele Eldia-Soldaten nicht den sinnlosen Tod sterben mussten. Und deswegen wird da übelst heftig gefeiert und gesoffen zum Teil. Hat mir persönlich sehr gefallen. Auch die Euphorie. Da sieht man es nochmal, dass selbst hier die Eldia ausgelassen sind, wenn sie das Ganze überleben. Und das ist auch absolut vollkommen verständlich. Falco und Rainer sind auch dabei. Die beiden sind aber nicht so in Feierlaune. Vor allem, weil Falco es sehr kritisch sieht, dass Gabi den gepanzerten Titan erben soll. Ja, sie soll die Erbin werden von Rainer. Und es deutet alles darauf hin. Es ist noch nicht zu 100% entschieden. Aber sie hat sehr viel dafür getan, dass sie gewählt wird. Rainer hat nämlich zum Zeitpunkt, wo hier jetzt gerade die Folge war, nur noch zwei Jahre zu leben. Und dementsprechend ist er auch nicht mehr so lange am Leben durch den Fluch von Imi. Ja, das habe ich euch ja vorhin auch schon genauer erklärt. Die Sache ist aber dann, dass Rainer hier so tut, sehr aufgebracht und wütend tut. Und zu Falco sagt, wie kann er denn quasi die Ehre beschmutzen, die Ehre, wenn einer einen Titanen bekommen soll und für die Mali kämpfen darf. Falco steht dann auch erstmal stramm und sagt, ja, er wird alles tun, um das Ganze gut zu heißen. Und das ist auch eigentlich so eine Motivation. Ich hoffe, ihr habt das richtig verstanden. Denn Rainer sagt das Ganze hier nicht, weil er Falco ans Bein pissen will, sondern Rainer sagt das Ganze hier, weil er natürlich auch Gabi retten möchte. Gabi ist Rainers Cousine. Und Rainer möchte nicht, dass Gabi eine Titanenwandlerin wird und letzten Endes dann nach 13 Jahren stirbt. Denn wenn sie in zwei Jahren die Titanenkraft kriegt, ist sie ungefähr 27 Jahre alt, wenn der Fluch von Imi bei ihr ausläuft. Und dann stirbt sie mit jungen 27 Jahren, was übrigens immer noch älter wäre als Rainer. Denn der wird voraussichtlich mit 23 Jahren spätestens am Fluch von Imi sterben. Und deshalb ist Falco jetzt so ein bisschen motiviert und will vielleicht ein bisschen mehr machen, damit er diese Titanenkraft kriegt. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, dass Falco, naja, vielleicht so einen kleinen Crush auf Gabi hat. Sehr interessante Szene, sehr intensive Szene, muss ich persönlich sagen. Hat mir super gut gefallen, eine mit der besten Szene in dieser Folge gewesen. Zu der besten Szene kommen wir aber gleich noch. Die Krieger kommen dann am Bahnhof in Rebellio an. Und ja, ich werde es jetzt in Zukunft Rebellio nennen, weil eigentlich heißt es für uns Manga-Lese einmal Liberio. Aber offiziell ist bestätigt, beide Übersetzungen sind richtig, Liberio oder Rebellio. Das Japanisch ist halt so geschrieben, dass man beide Sachen so deuten kann, beide Namen. Deswegen nenne ich es hier Rebellio, damit auch alle wissen, was abgeht. Sowohl Anime-Zuschauer als auch Manga-Zuschauer. Und an dem Bahnhof sieht man auch nochmal, dass Falco sich fragt. Hm, ist Rainer jetzt auf seiner Seite? Ist er auch hier, um Kriege zu vermeiden? Will er eigentlich auch einen friedlichen Weg? Und Leute, Falco ist ein Good Boy, Leute. Freut euch auf Falco. Falco ist so ein guter Charakter. Aber wie gesagt, dazu mehr in späteren Folgen. Ein Wiedersehen mit den Familien der verschiedenen Charaktere gibt es dann hier. Und auch Erens und Siegs Großeltern. Ja, ich habe Eren gesagt, Leute. Wer hätte es gedacht, dass ich hier in so einer Review mal Eren sagen würde? Auch die Großeltern sieht man. In der deutschen Version bei Wakanim war das übrigens eine Übersetzungsfehler. Da stand nämlich, dass es Onkel und Tante von Sieg sind. Aber es sind die Großeltern Erz im Japanischen auch so gesagt. Und wir sehen natürlich auch Reiners Familie. Darunter auch Gabis Eltern, die eben Onkel und Tante von Rainer sind. Ein kleines Ding haben wir dann noch in dieser Szenerie hier. Neben diesem ganzen Wiedersehen, was auch nochmal zeigen soll, wie entlastend das ist. Wie schön das für Familien ist, wenn die Verwandten oder die Leute aus dem Krieg zurückkehren. Wir sehen nämlich noch Leutnant Kosloff, hier die Schweinebacke, Leute. Die macht nämlich was ganz Verstörendes. Der sagt nämlich jetzt hier ein paar Sachen über die Eldia. Und die Eldia, die hier stehen, sind alles verstörte Soldaten aus dem Krieg. Und er schreit dann rum. Die fallen vor Angst kaputt. Die sind posttraumatisch traumatisiert worden. Alter, ist das überhaupt das richtige Wort, Leute? Sind auf jeden Fall traumatisiert worden durch den Krieg. Haben richtige Schäden durch den Krieg genommen. Muss man ja einfach mal so sagen. Und wir sehen auch hier den einbeidigen Typen hier, der seine Armbinde auch noch auf der falschen Seite hat. Der auch nochmal hier so in den Fokus gerückt wird von Falco. Denn Falco sagt ganz ehrlich, du wirst nie wieder kämpfen müssen. Ja, beruhig dich einfach. Wobei der Typ ja eigentlich noch am ruhigsten geblieben ist. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Szene. Die auch nochmal zeigt, was das hier mit Menschen macht, die im Krieg waren. Die im Krieg gelitten haben. Das zeugt auch nochmal davon, dass Attack on Titan genau das Gegenteil macht von Kriegsverherrlichung. Nämlich soll Attack on Titan eigentlich zeigen, wie grausam Krieg ist. Hier zeigt Isayama und Mappa nochmal den Mittelfinger in die Richtung zu den Leuten, die gesagt haben, Attack on Titan ist Kriegsverherrlichung. Wobei es eigentlich genau das Gräueln und das Schlimme am Krieg zeigt. Auch durch diese Soldaten hier, die durch den Krieg schwer verstört sind. So, dann wird es ein bisschen gemütlicher, Leute. Wir gehen nämlich nach Rainer nach Hause. Da sehen wir dann, wie die ganze Familie, auch Gabi mit ihren Eltern mit am Tisch stehen und so. Und Gabi erzählt voller Euphorie ihre Heldentaten, was sie geleistet hat für das große Volk der Mali und auch für die guten Eldia. Wir sehen auch in dieser Folge hier wieder, es gibt scheinbar für Gabi die guten Eldia und die bösen Eldia. Und die guten Eldia sind die, die quasi in den Ghettos sind. Und die bösen Eldia, das sind die auf der Paradiesenselle. Das heißt, Leute wie Eren, Sascha, Connie und Co. Das sind in deren Augen die bösen Eldia. Wieso das so ist, sollte eigentlich ab diesem Zeitpunkt schon bei jedem von euch Klick gemacht haben. Natürlich ist das Propaganda. Die haben das von klein auf so beigebracht bekommen. Aber auch dazu seht ihr in der nächsten Folge mehr. Ich will euch schon mal ein bisschen heiß darauf machen. Rainer erzählt nämlich danach auch noch ein bisschen hier über seine Zeit auf der Insel. Über seine Zeit mit Eren und Co. Und hierbei sagt er natürlich immer, dass die Leute auf der Insel innerhalb der Mauern, dass sie grausam sind, dass sie unmenschlich sind. Aber dann erzählt er hier von Sascha zum Beispiel, die eine Kartoffel geklaut hat und beim Antreten einfach die Kartoffel gegessen hat und dann dem Ausbilder auch nur einen kleinen Teil der Kartoffel gegeben hat. Und das wäre ja absolut unmenschlich und das sollte zeigen, wie gierig und egoistisch die Menschen auf der Insel sind. Auch sagt er hier, ich zitiere Leute, der eine stürmte immer gleich drauf los und eine andere folgte ihm, egal was geschah. Was auch nochmal eine Anspielung an Eren und Mikasa ist. Das Ganze ist super interessant gewesen, denn die Kamera fährt hier immer weiter auf Rainer zu und wir sehen, dass Rainer hier so ein bisschen über sie redet, über seine ehemaligen Kameraden. Aber er tut das nicht wirklich auf eine herablassende Art und Weise, sondern er lässt sie menschlich wirken. Gerade dadurch, dass er das mit Sascha und Co. gesagt hat, lässt er diese Menschen, die Dämonen von der Paradiesinsel, lässt Rainer hier menschlich wirken. Und das ist etwas, worauf natürlich jetzt hier Rainers Mutter und auch Gabi nicht klarkommen, die sich fragen, hä, was geht hier ab? Rainers Mutter komplett entsetzt und kommt gar nicht drauf klar und denkt sich, was sagt der Junge da? Ganz schnell die Fenster zumachen, damit das Ja niemand mitkriegt und sagt danach nochmal, ja, ja, alles Dämonen auf der Paradiesinsel. Hier sieht man, wie gesagt, nochmal, dass die Propaganda der Mali-Nation super gewirkt hat. Und auch, dass beispielsweise die Mutter von Rainer es so betrachtet, dass die Eldia in den Ghettos alleine gelassen wurden, zurückgelassen wurden. Und dass die, denen das noch übel seht, dem König, der damals einfach mit den Eldian geflohen ist auf die Paradiesinsel, die sieht denen das übel. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass ich das hier erwähne. Auch dazu werden wir später natürlich noch genauere Ausführungen kriegen. Dennoch ist der Aspekt der Propaganda, die man hier ganz besonders bei Gabi sieht, aber auch bei Rainers Mutter sehr, sehr spannend. Umso mehr auch, wie es bei Rainer aussieht, denn Rainer ist das genaue Gegenteil. Rainer beschreibt die Dämonen, die Teufel von der Paradiesinsel, beschreibt er hier als etwas Menschliches und eben gar nicht als etwas so Grausames und Unmenschliches. Das ist eine ganz, ganz starke Szene und für mich auch die stärkste Szene in dieser Folge gewesen. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Für mich die Top-Szene in dieser Folge. Und ja, Leute, Rainer ist einfach ein Goat-Charakter. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ja, Leute, kommen wir jetzt zum Finale dieser Folge, sage ich jetzt mal so. Denn da haben wir noch die ganze Szenerie gehabt in der Nacht. Einen Anime-Original-Moment haben wir hier nämlich gehabt. Nämlich nimmt sich hier in der Nacht bei Sturm, bei Regen einfach ein Typ das Leben, indem er aus dem Fenster springt. Von oben, vom Dach. Und der Typ ist natürlich Dode, Leute. Der ist gestorben. Und diese Szene, ja, ist mit einem random Dude gemacht worden. Das heißt, das ist kein wichtiger Charakter. Da will ich euch direkt mal die Hoffnung nehmen oder die Angst nehmen. Wie auch immer man das betrachtet. Der hat keinerlei Relevanz. Aber dieser Dude soll meiner Meinung nach wieder etwas veranschaulichen. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich die sogenannte Kriegsverherrlichung. Das war ja etwas, was gerade jetzt Attack on Titan nach der ersten Folge vorgeworfen wurde, nach dem Opening vorgeworfen wurde. Ich habe ein Video dazu gemacht, zu meiner Opening-Analyse. Kannst du auch gerne mal reinschauen, falls du das noch nicht gesehen hast. Diese Szene hat auch wieder gezeigt, dass dieser Mann, der vom Dach gesprungen ist, der sich das Leben genommen hat, er kam mit den traumatischen Erlebnissen, die er im Krieg gesammelt hat, kam er nicht klar. Der Krieg hat ihn so traumatisiert, so psychisch kaputt gemacht, dass er vom Dach gesprungen ist und sich das Leben genommen hat. Eine sehr kurze, aber eine sehr starke und eine sehr viel aussagende Szene, die nochmal veranschaulichen soll, wie grausam der Krieg ist und was der Krieg mit den Menschen macht. Ich hoffe, spätestens jetzt habt ihr diese Szene verstanden, Leute. Dafür mache ich diese Videos und dafür liebe ich es auch für euch, diese Videos zu machen. Dann gibt es aber noch das große Kriegertreffen, so nenne ich es jetzt mal. Und das wurde vorgezogen, Leute, denn das ist eigentlich aus, naja, einem Chapter, was in dieser Folge nicht adaptiert werden sollte. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ist ja auch nur eine kleine Rubrik aus Chapter 95 müsste es sein, denn eigentlich hat diese Folge Kapitel 93 und Kapitel 94 adaptiert. Aber diese Szene ist noch aus Kapitel 95, nämlich das Kriegertreffen, was übrigens abgehört wird von den Mali-Offizieren. Denn hier erklärt Sieg erstmals seinen Plan vor den anderen Kriegern. Sieg ist ja der Kriegshäuptling. Er ist der Anführer der Krieger. Zu den Kriegern kommt auch noch ein ausführliches Video, Leute. Ja, und er sagt jetzt seinen Mitgliedern, seinen Untergebenen hier den Plan, den er hat. Denn er möchte den Ur-Titan erobern. Er möchte ihn zurückerobern. Er möchte quasi Eren entführen. Das ist sein Plan. Der Plan, der ja auch schon vor vier Jahren war. Der Grund, warum Rainer und Co. überhaupt in die Mauern eingebrochen sind. All das ist derselbe Plan und das möchte Sieg jetzt hier in die Tat umsetzen. Aber um das zu machen, möchte er auf die Hilfe der ganzen Welt pochen. Und dazu soll auch eine bestimmte Familie mit eingezogen werden. Das ist die sogenannte Taiba-Familie. Wir haben schon ein Bild in dieser Folge von denen gesehen. Diese Familie ist eine der großen Titanen-Familien. Die haben wir leider in Gesamt-Attack-on-Titan viel zu wenig beleuchtet bekommen. Also ich kann euch auch schon mal sagen, Leute, die werdet ihr auch in Zukunft nicht viel größer beleuchtet bekommen. Also diese ganzen Titanen-Clans. Aber die Taiba-Familie ist einer dieser Titanen-Clans. Und dieser Titanen-Clan hat den sogenannten Warhammer-Titan. Mit diesem Titanen hat diese Familie aber nie mitgekämpft. Sie hat nie teilgenommen an Malis Operationen. Und das ist etwas, was beispielsweise Porco übel aufstößt, weil der sagt, hey, warum helfen die uns denn nie? Die haben auch eine Titankraft. Aber wir müssen immer in die Bresche springen. Wir müssen immer alles leisten. Nur die machen nichts und chillen ihr Leben. Auch dazu werdet ihr noch mehr erfahren. Sehr interessant auf jeden Fall auch die Meinung von Porco, dass der das Ganze nicht so gut annimmt. Aber Sieg hat ja schon so Andeutungen gemacht, dass hier vielleicht abgehört werden könnte. Auf jeden Fall wird das noch deutlich interessanter. Und die Taiba-Familie hat ein großes Ansehen in der Welt. Und der Grund für das Ansehen ist eben, dass die Taiba-Familie mit der Grund dafür war, dass die Mali wieder befreit wurden. Dass die Welt von der Titanen-Herrschaft befreit wurde. In Anführungsstrichen muss man das Ganze natürlich hier setzen. Denn es kommt immer auf die Perspektive an, aus der man das Ganze betrachtet. Und deswegen haben die Taiba, die Taiba-Familie hat einen besonderen Stand. Und sie sollen jetzt quasi auf einer Präsentation in den kommenden Tagen, beziehungsweise Wochen, die Welt vor den Journalisten der ganzen Welt, ja eine Rede halten. Und bei der sie die Welt dazu anstacheln wollen, dass die ganze Welt gemeinsam gegen die Menschen innerhalb der Mauern in den Krieg zieht. Das ist jetzt das große Ziel von Sieg. Und das soll hier verwirklicht werden mit der Hilfe der sogenannten Taiba-Familie. Das heißt, die ganze Welt gegen die Paradiesinsel. Und das könnte äußerst spannend werden, wenn es dazu kommt, Leute. Und das ist auch sozusagen der Cliffhanger in dieser Folge gewesen. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Folge, die vor allem nochmal einige Sachen herauskristallisiert hat mit dem Grauen des Krieges. Auch mit der Perspektive von Rainer, wie er das Ganze betrachtet, was früher passiert ist. Bei seiner Zeit, bei Eren und Co. Sehr, sehr schön gewesen alles. Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Klar, kritisieren könnte man jetzt hier den Animationsstil, der hier gemacht wurde in der einen oder anderen Szene. Das ist für mich aber überhaupt nicht schlimm, für mich persönlich. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es für euch so gravierend schlimm gewesen ist. Und ob für euch die ganze Serie jetzt wieder dadurch versaut wurde. Denn das ist ja häufiger der Fall, dass das bei Leuten so ist. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Falls ihr auch noch Fragen offen haben solltet, die nicht schon Sachen spoilern sollten, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mir auch gerne nochmal, was ihr mit dem Typen meint, den wir hier gesehen haben, der vom Dach auf Rainer und Co. untergeschaut hat. Aber bitte nur die Anime-Unlies, Manga-Leser, wissen ja sowieso schon, was mit diesem Dude oder dieser Dude-Dean, könnte ja auch eine Frau sein, was mit dieser Person vor sich geht. Wie gesagt, was mich supporten würde, Leute, wäre, wenn ihr dem Ganzen jetzt einen Daumen nach oben gebt, kostenlos abonniert für wöchentliche Reviews zu Attack on Time und erklärt Videos. Alles hier auf meinem Kanal, sozialen Medien, auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch herzlich, wir haben noch einen wunderschönen Tag, Leute. Ich sage Tschau und Tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder. Ich sage Tschau und Tschau und Tschau und Tschau.